Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automation Empire, dem wunderschönen Wurzelspiel. Und meine lieben Bahnfreunde, heute soll es losgehen. Wir wollen durchstarten mit Eisenbahn. Jawohl. Vorher würde ich gerne ein bisschen auf euer Feedback eingehen. Da wurden so ein paar Dinge angesprochen, über die wir mal sprechen sollten. Zum einen hattet ihr gesagt, Kisten wiederverwenden. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr damit meint, denn das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, dass man die irgendwie wiederverwenden kann oder so. Und eine weitere Idee war, dass wir bei diesen Systemen hier das ein bisschen anders gestalten. Das würde ich jetzt bei einem, würde ich das vielleicht mal testen. Und zwar, wir machen die hier wieder raus. Und ihr seht also, ne, was ist, wie ich ja immer sage, es ist nichts wichtiger als die Zuschauerkommentare. Wenn ihr also eine Meinung habt, was sich hier vielleicht ändern, besser oder schlechter machen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare, denn dieser YouTuber liest die natürlich, weil hey, was ist denn ein YouTuber oder seine Zuschauer? Manchmal steht natürlich auch Blödsinn drin. Das ist schon so. Aber wir probieren das einfach mal aus, ob das schöner, also aussehen wird es wahrscheinlich schon schöner. Ob das was bringt. Ich hätte jetzt auf den Kommentar eigentlich spontan sofort geantwortet, du, äh, nette Idee, aber das bringt nichts, weil es dann immer hängen bleibt. Aber vielleicht hat auch der Kommentarschreiber recht. Der nämlich meinte, mach doch einfach das so, wie du jetzt machst. Das ist das Rundlauf, ja. Und dann mit mehr Klauen dran. Zum Beispiel so viele wie geht. Sodass immer möglichst viele Kisten in den Klauen hängen. Und sobald ein Platz frei wird, dann auch belegt wird. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob die besser ist im Vergleich zu dem hier. Weil ich finde es sehr schön hier mit diesem, ja, wie soll ich sagen, hin und her fahren, hätte ich jetzt fast gesagt. Was ja auch nicht auch was für sich hat. So, das läuft wieder hier. Wie gesagt, was gemeint war mit Kisten recyceln. Ich habe keine Ahnung. Kann man die irgendwie in die leeren Kisten verwenden? Ich weiß es nicht. So, und natürlich, äh, ganz klar, das haben auch sehr viele geschrieben, von der Roboter, äh, Überladung müssen natürlich ganz schnell wieder runter. Das stimmt natürlich, ne? Da habt ihr vollkommen recht. Äh, das will ja im Prinzip wirklich keiner. Das stimmt. Gut, das kann sich wieder einnivellieren. Und hier hinten sehen wir, es wird nicht genug gebottelt. Da wurde ich gefragt, warum, äh, diese Bottiche und so weiter sind doch überflüssig. Warum machst du die? Ähm, ich mag das, wenn wir so eine Fertigung haben, dass wir da einen Überblick darüber haben, ähm, wie der aktuelle Stand ist. Ja, und das sieht man halt sehr schön, wenn man so in einer Fabrik Elemente hat, die sich dann auffüllen und so. Da kann man das immer schön sehen. Jetzt sehen wir zum Beispiel jetzt auch, die Kohle kommt ran und definitiv, äh, fehlen hier hinten die, äh, fehlen hier hinten weitere Bottler. Und die würde ich ganz einfach hier ransetzen. Ich würde vielleicht auch das komplette System hier nochmal überdenken wollen. Aber das, äh, können wir uns dann zu einem anderen Zeitpunkt überlegen. Denn jetzt wollen wir natürlich erstmal, äh, in Richtung Züge arbeiten. Und, äh, das machen wir auch mal. Und deswegen machen wir hier jetzt erstmal nochmal mit. Einmal Standardprozedur weiter. So, wie wir es immer gemacht haben. So. Und jetzt würde ich auch fast sagen, dass wir einfach nur das da hinten noch ein bisschen verlängern. Und gut ist. So, dass wir einfach jetzt hier bei den bestehenden Clown-Zügen, warte mal, der fährt komplett. Ist hier einer, der hier reinfährt? Ich bin gerade voll verwirrt. Ich glaube schon, ne? Dass wir den einmal so machen. Und dann halte ich einmal kurz an, damit ich hier die Übersicht verliere. So. Warte mal. Ich lass den nochmal komplett rausfahren. So. Ich weiß gar nicht, warum ich das eine Ding da so lang gemacht habe. So. Das könnten wir gleich auch nochmal nachgucken. So. Warum habe ich das denn so gebaut? Hä? Habe ich irgendwie Lack gesoffen oder was? Wieso habe ich das denn so gebaut? Das gibt doch voll keinen Sinn. Oh, warte mal. Das wundert mich jetzt aber, dass das keiner kommentiert hat. Weil das ist ja wirklich ein Captain Obvious-Fehler. Warte mal. So. Der fährt ja voll Önötig hier, komplett hier lang. Wer braucht denn so einen Quatsch? So. Wo, wo fährt dieser Clown-Train hin? Ich bin hier gerade total verwirrt. Der tut ja gar nichts mehr, ne? Der würde den hier beladen. Also den haben wir, glaube ich, in Reserve gelassen, wenn wir hier noch mehr beladen wollen, oder? Bin jetzt gerade voll verwirrt. So. Hier haben wir zwei. Und der hier war gesetzt auf Minimum-Crates, Maximum-Crates, Maximum-Crates. Eins. Maximum-Crates. Eins. Und sich den eigentlich da hinsetzen. So. Und warum fährt der jetzt nicht weiter? Der soll nur noch da reinfahren. Wenn wir da zwei drin haben, dann muss der ja mit zwei da durch. Nee, der muss mit Minimum-Crates. Ich glaube, ich habe das falsch eingestellt, ne? Achso, ich muss die andersrum drehen. Ich hatte das ja entfernt, deswegen. Genau. So, wir drehen den mal andersrum. So, Maximum-Crates. Der müsste ja schon vorher eigentlich umdrehen, ne? So, wer packt die? Der fährt ja aber trotzdem weiter. Warum? Sehr merkwürdig. Ja, und der eine hier wird der Moment gar nicht beladen. Wir werden da sowieso noch weiter runtergehen, weil wir das natürlich auch jetzt mit Zügen beladen wollen. Aber ihr seht, wir brauchen noch mehr Bottler. Das heißt, das würde ich jetzt mal eben noch schnell bauen, weil sonst, ne, das... Wenn wir das einmal wissen, dass wir das hier noch ein bisschen optimieren können, dann sollten wir das auf jeden Fall auch machen. Und das heißt, wir bauen jetzt hier nochmal On-Bottler hin. Und dann machen wir das Ganze nochmal. So, bis hier hin. Da bin ich gerade wirklich verwirrt, warum der Clown-Zug das nicht so macht, wie ich jetzt denke, dass er das machen sollte. Hm. Ach so, und dann haben wir ja noch dieses Ausweichding hingebaut. Das sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Damit er die rüberladen kann und wir eine weitere Abladestelle haben. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, glaube ich. So. Der wird auch immer fast voll. Das ist sehr gut. Und dann können wir hier ne? Ach so, dann muss ja wieder der hin. Entschuldigung. So. Kann der die hochheben? Jetzt will ich jetzt einmal gucken. Ich mach die deswegen länger, damit ich das einmal sehen kann hier. Was der denn jetzt hier falsch macht. Es gab übrigens jemanden, der dann in Caps schreiben musste. Verdammt nochmal, was bist du für ein dämlicher Idiot. Sowas Bescheuertes für dich habe ich noch nie gesehen. Das heißt nicht Bottler. Du mit deinen scheiß dämlichen Begriffen. Das ist überhaupt nicht lustig. Ich schaue dich nie wieder und kann dich nicht empfehlen. Sowas gibt's auch. Oh. So. Also zwei. Er soll... Ne, er soll nur weiterfahren, wenn er eins hat. Genau. Wenn er zwei hat und dann würde er ja mit zwei noch durchgelassen. Das soll ja nicht passieren. Genau. Das war mein Denkfehler. So. So. Da wurde ich auch häufig gefragt, bei mir geht das nicht. Ihr müsst halt hier das anklicken. Das ist... Das klicke ich nicht an, damit das... Damit das irgendwie schön leuchtet oder so, sondern das aktiviert erst die Funktion. So. Nimmt zwei mit, fährt sofort zurück. Genau so soll's sein. Der andere hat hier gerade abgeladen. Hier wird auch alles voll. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir den dritten Clownzug hier auch noch dazwischen kriegen. Irgendwie. Aber da wollen wir ja die Bahnlinie wollen wir ja machen. Ja, weil das wird ja auch zu voll. Wir könnten höchstens den jetzt hier mitnehmen lassen. Das wäre vielleicht eine Option. Weil ich weiß echt nicht, was wir... Ja, den hatten wir ja abgerissen, weil wir da hinten das nicht mehr gebraucht haben. So war das, glaube ich. So ein Ding ist das nämlich. So. Achso, hier kommen wir nicht rum. Sonst werden die ja gar nicht beladen, da hinten. Wir können die hier zumindest mal mitnehmen. So. Der wird ja auch ziemlich voll hier. Wir könnten das dann noch... Also wir könnten eigentlich so einen riesen Zentralverteiler machen, aber jetzt wollen wir erst mal natürlich was anderes machen. Wir müssen erst mal wieder unsere Forschungspunkte holen, die wir wahrscheinlich wieder vergessen haben einzusammeln. So. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Also wir brauchen kein Gold mehr für weitere Forschung. Das heißt, diese Linie hier könnten wir unterbrechen. Also hier soll nichts mehr rausgesaugt werden. Und den Rest kann er natürlich noch jetzt abholen und wegforschen. Aber ansonsten brauchen wir glaube ich kein Gold mehr. Obwohl, es könnte nur sein, dass wir dafür noch Gold brauchen. Müssen wir mal gucken, wie viel übrig bleibt. Ich weiß jetzt nicht. Wir schalten erst mal die Züge frei. Yes! Wir haben Züge. Und brauchen wir jetzt noch weiteres Gold? Nein, brauchen wir nicht. Das heißt, der kann den leer forschen. Das soll mir recht sein. Und für die Sachen brauchen wir jetzt nämlich flüssiges Gold und so weiter. Das müssen wir dann auch wieder anschließen. So, jetzt aber. Der große Moment ist gekommen. Wir brauen. Wir bauen eine Zuglinie. Und das Problem, wohin? Aber die sind nämlich ziemlich teuer. Und die Länge der Züge bestimmt natürlich auch, wie viel wir dann herauskriegen. Und ich glaube, dass diese Passage hier trotzdem mit die beste ist. Bei Zügen ist es, glaube ich, auch sogar so, dass der Eingang must be built near other track entry to. Okay, wenn wir einmal den Eingang bestimmt haben, dann können wir nicht den noch woanders hinbauen. dann würde ich den wirklich dann hier in der Nähe des Straßenverkehrs machen und das dann Zug um Zug, verstehe ich es? Wegen Zug um, ja. Austauschen. Genau. Und weil wir so ein kleiner Rebell sind, lassen wir die Züge anders rumfahren. Das Problem ist, wie lang werden die Züge und haben wir dann da genug Platz und sollten wir die Züge vielleicht Aber es gibt ja verschiedene Arten und Weisen. Wir können jetzt hier einen Zugtunnel hinbauen und natürlich direkt gegenüber den Ausgangstunnel und dann immer die Züge parallel. Dann müssten wir hier immer zwischen Platz lassen. Das Problem ist, die Züge sollen, wenn es nach mir geht, ziemlich lang werden. Das heißt, wir müssten den Ausgang wahrscheinlich dann irgendwie versetzt hin machen, was wieder zu dem Problem führt. Diese Gleise hier sind nicht wirklich sehr kooperativ. Also ihr seht hier, das ist der Mindestradius, den ich brauche, um hier vernünftig Zuglinien zu verlegen. Und wenn wir hier rüberkommen, dann können wir hier keine Fabrik mehr hinbauen und so. Und ich glaube, die Herausforderung auf dieser speziellen Map hier, die wir hier gerade haben, ist wirklich, dass alles sehr, sehr eng ist. Und ich will jetzt auch nicht hier hinten einen Zug, obwohl das auch eine Option wäre, so hier hinten rauskommen lassen. Das Schöne ist ja, dass wir alles wieder abreißen können. Wir testen jetzt einfach mal, wie lang wird der Zug und geht das, wenn der dann noch im Berg fest, im Berg hängt und da wieder raus will. Wir probieren mal. So vielleicht. So rum. Okay. Das hat nicht funktioniert. So. Dann Zug B Ladestationen. Und das ist das Schöne, das können wir jetzt mit den normalen Zügen dann B und Entladen, sofern wir überhaupt noch Platz haben. Und der Entry Point ist immer zur Seite und dann immer haben wir eben einen Abstand. Und dann würde ich jetzt sagen, wir gucken mal eben, wie weit ist denn der Abstand mindestens, denn je mehr von diesen Türmen da stehen, desto mehr Waggons kommen. Kriegen wir das so gebaut? Nein. Es muss einer weiter. Das ist jetzt erstmal nur ein Prototyp. Das müsste so aber gehen, ne? Ne, da muss wahrscheinlich auch noch ein Rohr, ein Nupsi dazwischen. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich laut Bekunden des Zuschauers auch Nupsi sagen darf. Der hatte wahrscheinlich auch nur einen schlechten Tag. So. Ah ja, jetzt jetzt will er das gar nicht mehr. Das ist ja blöd. Kann man den nehmen dann? Ne, auch nicht. Gut. Ja, genau. Also, das heißt, Züge werden dadurch befüllt, dass wir halt die fertigen Materialien nicht mehr in Bottler packen, sondern da könnten wir zum Beispiel jetzt wieder eine Bahnlinie hier rüber bauen und dann die Sachen abtransportieren. Das würde ich auch wirklich jetzt hier mal dann exemplarisch an der einen oder anderen Stelle versuchen. Zum Beispiel könnten wir hier hinten aus dem Tank erstmal eine Linie hier hinten aus dem Tank in der Linie bauen aus dem fertigen Tank. Das Problem ist nur, kommen wir hier mit in der Linie. Ah, warum, warum? Was ist denn das jetzt hier? Warum zoomt das so komisch? Kommen wir hier irgendwie rüber mit einer Bahnlinie ist jetzt nur das Problem. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Nein, kommen wir nicht. Das heißt, diese Straße müssten wir dann abreißen. Die zweite dürfte gehen. Ja, die zweite Höhe geht. Die erste nicht. Und wir müssen ja noch mehr Linien hier langlegen. Oder kommen wir hier lang? Nee, kommen wir auch nicht. Das heißt, diese Straße wird fallen. Und damit wir hier das ist aber wirklich eine ziemlich lange Transportstrecke. Ich will gerade auf, wenn ich erstmal hier unten das abreißen soll. Weil hier die Roboter, also das ist ja das, was man als erstes loswerden will. Aber da können wir uns da die ganzen Bottler sparen. Das ist ja natürlich auch eine coole Geschichte. Oder aber wir gucken mal, ob das so geht. Hier über den Tunnel drüber. Nee, da muss... Über den Tunnel geht's gar nicht. Okay. Na gut. Dann haben wir also unsere Aufgabe für die nächste Folge. Wir werden dann also hier wunderschön diese ganzen LKW ersetzen, die ja sowieso nur irgendwie ziemlich viel Dreck verursachen durch eine wunderschöne Transportanlage hier. Mal gucken, wie wir die bauen. Vielleicht bauen wir die erst auch hier lang und dann richten wir es danach aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und wir sind in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.